Nuxi, Funky, stellt euch vor, was gerade mit der Post gekommen ist. Was denn, Herr Zaubermeister? Zeigen Sie her, schnell! Hurra! Ah, das Spielefest! Das Spielefest auf der Saalerburg geht wieder los. Von der niederösterreichischen Familienland. Und alle sind eingeladen. Hier steht am ersten Adventwochenende. Das ist der 30. November und der 1. Dezember. Da kann man wieder viele Spiele in der Burg ausprobieren. Nicht nur das. Man kann auch basteln und Lebkuchen backen und sogar eigene Weihnachtskarten machen. Oh, seht mal, was hier steht. Das Marionettentheater Märchen an Fäden ist auch wieder dabei. Aber das sind ja wir. Ja, genau. Und diesmal dreht sich alles um ein zauberhaftes Weihnachtsgeschenk. Du meine Güte, das Weihnachtsgeschenk für meine liebste Fee, Berchtolder. Was schenke ich ihr nur? Na, gehen Sie doch mit dir zum Spielefest, Herr Zaubermeister. Vielleicht fällt Ihnen da was ein. Eine großartige Idee, Nuxi. Auf zum Spielefest auf der Schallerburg. Wartet auf uns. Wir kommen auch mit. Hui. So ist das also. Alle gehen auf das Spielefest. Glaubt ihr etwa, da bleib ich daheim? Na, wartet. Ihr seht mich alle noch in der Weihnachtsgeschichte. Njü-jü-jü-jü-jü. Hui. Kui. Jü-jü-jü. slog. Amen. Amen.